jetzt hier auf der Karte starten auch mit dem er braucht im hallo da um ein P im Schweizer Halle und hier alles hin also ein neuer Trecker ist viel besser der Scheiße also das Schaltgeräusch hört man auch obwohl gar kein Gearbox drin ist so wie im Meer jetzt noch mal da nicht ich bin ein paar ich bin ich bin weil es gelägt hat die Reise ich muss erst den Flug weg wo er der Schöne das und 8 das ist der Schaub der Anwiese so ein Da ist ja auch keine Dings zwischen, keine... Ja, das ist nur nix. Welche Visa hast du schon angefangen? Die 47. Oskar, was würdest du mir verlangen, wenn ich würde dein Schwader ausnehmen? Alter, für welche Visa? Was? Für welche Visa? Nee, du musst mir ja sagen, dein Preis für die 48. Ah, ähm... Du musst mir ja nur der Preis sagen, die Stunde. Wir fahren aber auf 47 gerade. Also, äh, 1000. Die Stunde ist 1000. Du brauchst ja nicht mal ne Stunde dafür. Echt so? Aber wenn du schnell bist, was schwierig wird bei dir, schaffst du das innerhalb von einer halben Stunde? Nee, ne. Es ist ja... Machen, 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 machen. Die, die Zeitung, die 500 oder so. Nichts mal. Das ist nie eine neue. Ja, also. Okay, warte, äh, wo steht er? Äh, bei mann hoch, wenn er 10, wenn er dran. Ich muss auf die 500 verzichten und mit dem... Nee, mach ich nicht. Eine halbe Stunde kostet 500. Ja. Ja. Hey! Was denn? Alter, der Schwager steht am Hof jetzt. Ich muss mir danach nur noch eine Rechnung stellen. Ja, muss ich sagen, nur was geht. Ja. Okay. Wenn du selbst auswählst, musst du zusätzliche Kosten nehmen. Was? Wenn man selbst... In welcher Map? In welcher Map? In welcher Map denn? Der meint, welche App? Offene Posten. Du musst... Nein, nicht da. Wenn du eine Rechnung stellen willst, musst du rausgehen aus der App. Also unten auf das Tech Farm Logo. Ach ne, jetzt sind die ganzen Apps wieder weg. Und dann musst du in die Tech-Finanz, äh, Tech-Farm-Finanz. Und dann ist oben, äh, Rechnung plus. Rechnung plus. Dann musst du aber einstellen für welche Dinge. Entschuldigung, du musst keine Rechnung stellen, weil... Ach ne, was muss es in Leistung fallen? Leistung? Leistung muss zusätzliche Kosten, weil sonst kannst du nicht in 100er Schritten gehen, sondern... Schalke zwar. Sonst kannst du nur die Feldkosten machen. Anzahl. Ja, aber du kannst dir noch nicht die Richtung grauen stellen. Ja, das habe ich auch gerade genannt. Ja, wie viel hast du jetzt mir herausgestellt? Noch gar nichts, weil ich weiß nicht, wie viel du brauchst. Ja, eben, ganz genau. Dann gehe ich dir den jetzt mal anhängen. Du musst auch die Zeitdaten finden. Ja, ich sehe es auf der Karte. Aber ich bin noch nicht da. Ja, das ist halt wenig zu ehrlich dann, wenn du ihn anhängst. Ernsthaft, wo steht der überhaupt? Bei meinem Hof. Ganz offensichtlich eigentlich. Achso. Boah, hier hast du den eigentlich gestellt. Ja, was denn? Hast du ihn jetzt angehoben? Jetzt gleich. Jawohl. Ja, komm. Also 33. 33, beispielsweise. Aber das muss in Echtzeit bleiben. Ich kann nicht bei Vorspuren. Ja, komm, ist ja jetzt schlecht, weil mir Melengräude und das ist sinnlos, da haben wir jetzt gerade Vorspuren. Achso. Der erste Einsatz von diesem Krune-Dings da ist hinter dem John Deere. Pass auch, von den Farben an. Ja. Das einzigste Problem ist, ich habe kein Doppelmehlwerk, aber weißt du was geil an dem, was wirksen ist, den ich jetzt neu habe, weil der andere so geleckt hat. Ja, das hat der Fabian mit dem Tauschen. Wenn er schaltet, springt auch wirklich der Schalthebel um. Na, weißt du was. Also, wenn ich schalte, vorwärts, rückwärts, dann schaltet der Hebel auch um. Wie schnell bist du? Ja, Leute, Fabian musste sein Trecker tauschen, plus er musste sein Hexler tauschen, oder bin ich jetzt falsch? Ne, ne, das ist richtig. Stimmt, ich habe jetzt gar keinen Fall. Und ein Fluch hat er jetzt auch verkauft. Der andere Träger, der andere Träger hat gelaggt, wie Sau. Und ist gar nicht mehr fahren. Dann haben wir einen Case Puma ausgewählt. Der geht auch nicht. Naja, wenn ihr da gute Mods habt für die Statenbach, doch bitte gerne in die Kommentare. Ach, wenn soll, wir haben kaum Mods sein, nicht. Äh, 48. Ja, Gott. Siehst du schon ein Traktor oder sowas? Das ist ja fast. Ja. Weißt du, für eine Auswahl bei Sarkon zu haben, musst du kurz Mods rausholen. Wie schwarzt du denn? Frau Klinischte. Was? Was? Was ist das? Hast du gerade gesagt, meinsch, oder? Lass mich fahren, da haben Sie zu bleiben. Achso, Sarkon verstanden, meinsch, oder? Würde es das kosten, wenn ich würde den abkaufen? Geht nicht. Unter mich. Ich bezahle den nicht den neuen Preis. Ich habe nicht mal genügend Geld, wahrscheinlich. Wie viel hat er gekostet? Warte. Er hat gekostet, null. Äh, 300.000. Naja, ich habe 23.000. Muss eigentlich noch Maisgebiss kaufen für den Drescher. Nice one, ich habe gleich gespardert. Kann ich den zurückstellen? Hä? Drei Minuten. Wie will ich noch bezahlen? Machen wir pro Schale. Hey. 100 Euro. Ne, ich denke mal, das Mindeste, das musst du berechnen, ist wohl, äh, 15 Minuten. Das wäre, äh, eine halbe Stunde. Dann müsste ich ja doch die 500 bezahlen. Na und? Ich kann ja extra langsam mähen. Na genau. Ja. Ach nein, da kann ich ja gerade das andere Feld, äh, fahr auf das andere Feld danach. Äh, 4000 war ja quasi 2, Alter. Na, ich glaube, das war eins, oder nicht? Ja. Ey, ich weiß. Die 4000 ist eine richtige Summe. Zwischen ist, bei diesen Wiesen, merkt man gar nicht, dass man auf der anderen Wiese schon drauf ist. Wo ich bin. Da macht man einfach keinen Unterschied. Mein MF ist voll gelangweilt von diesem Mähwerk. Kannst du meinen Heckmähwerk auch noch haben. Klar, kein Problem, glaube ich. Braucht er auch selber. Okay, ich hab' den Film gemacht. Ja, ist auch gut. Trotzdem wär's bezahlt dazu, naja. Ich hab' den Film gemacht. Nee, Mann. Komm. Du warst schon 5 Minuten rum. Hm. Du hast es einfach. 500... äh... 1000 geteilt durch. Schon mal. So. Ja. Du hast eine andere Welt. Geht'll. Du hast ja gar nicht mehr diese blöde Pfosten dafür müssen wir sehen. Alter, das sind das viele... ...Mästerte. Strommasten. Alter, dieser Sound, wenn der anzieht. Ich bin aus Versehen an der Feld-Einfahrt vorbeigefahren, Schweizer. Jetzt muss ich leider ne Runde fahren. Ja, Schwede. Hör. Bisse. Köln Naja ich sehe Oli ich fahr mit dem Schader an macht ja nix er wird nicht bestätigt doch der Erster man schätzt mir das heute mal auf der Erster der Ernst der Öste Alter bist du jetzt schon wieder hingefahren wer ist drin ja ich weiß nicht wie ein Ausbildungsverfahren Junge nicht den Schwader im Graben versenken Hallo wenn da ein Kratzer dran ist dann komm weiter da fahr mal BKI Verkehr merkt mich Köln ich muss mir noch eine Frontlade-Pensone kaufen hab ich schon jetzt kann ich den Motor ausschalten und war Köln kannst du auch schon einsam mehr fahren Kost ja dann muss ich die Qualität stimmt du bist ja ja du hast mich gerade auf die Idee gebracht ich verbrauche auch Diesel D D ne D also D D D D D D D D D dann hast du 4,5 gesagt dann hast du vergessen hier drauf sonst halt auch zu mir ja also bekommst du gar nicht getragen dann nehme ich dir schnell eine Ladebahn und fahr das alles zu mir na klar ich weiße ich könnte ja auch für dich Ladebahn fahren hey das kann ich auch machen komm wir sind auch nette Nachbarn, ich würde gerne Hilfe gell den Nachbarn hier damit zu du weil du äh ey Konkurs hattest Jungs was hast du gemacht ich wär' gar fast in Spar da reingefahren weil du den hier in die Ausfahrt gestellt hast in der einen Grazer dran ist alles doppelte von den ganzen Preis aus Kosten du sagst also was 4 4 2 so dann bist du zufrieden 4 2 5 4 2 5 4 4 3 nein 4 2 4 4 und ja ich bin 4 3 ich hätte sollen eigentlich lassen 4 weil ich bin nett ich geb dir 4 2 ich bin ich bin ich bin halt noch kurz an mit pauschale für Wartepausen drauf ja klar das sollte ich ja machen die Welt ist immer noch viel schwer äh hättest du ja selber ein Wehwerk kaufen können ich bin es geht schon zwölf minuten um um du musst das bezahlen du musst das bezahlen sonst ziehst du von deinem Konto schon einfach ab das witzige ist wenn die Halbster ist wenn sie gleich wenn sie gleich ähm 10 Uhr 3 Uhr an Zeit bekommt er schon schon 100 Euro von dir ja bekommst du 5 Cent Jungen Fein, wie bist du an dem Schwader vorbeigekommen, ohne ihn zu crashen? Ernsthaft zu spät und vorbeigekommen? Na klar, das war schon eine Aufnahme an, Alter. Ernsthaft? Du bist wahrscheinlich rückwärts gefahren, um zu gucken. Was ist gerade mal Meter? Und wie viel Gras hast du schon? 50% schon? Was ist gerade mal die zweite Bahn, oder nicht? Ja, ja. Voll erfragreich. Es kommt schön alles in den Komposter und wann kommt das Komposter? Na, ich hab erstmal Geld für Diesel. Hab ich. Denk mal, dass du abschätzen musst, wie viel du kaufst. Ja, wenn nicht, dann kann ich ja nichts abgerufen hat. Ja, aber trotzdem, wenn das dann für 10.000 Liter zu viel sind. Na okay, dann kann ich das nicht machen. Dann kann mir ausreinend nur 2.000 Liter abkaufen. Oder man guckt, vorher brauche ich mich nicht so. Und dann guckt man nachher, wie viel verbraucht wurde. Äh, ne, ich kann's ja auch in meinem Pass drin lassen, weißt du? Oh! Der Lagerverlager ist schon voll. Wo sind die Schar? Da. Da. Du kannst auch da. Du kannst auch da. Du kannst auch da. Du kannst auch da. Alter, jetzt sind schon über 10 Minuten vergangen. Der macht einfach niss. Nächste Prozent die Hörer Prozent Waren Prozent Prozent bestimmt wird ihr alle mit GPS oder Nee was ich auch ich hätte fast gedacht, wir haben mit GPS eingeschmacht Rum 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 Gut, passt doch Kurze Lecker auf vorne eine Bevor dem Händler brauche, dann bin ich gerade bin doch weil ich bin so froh, dass ich jetzt den MF habe der ist erst nicht leckfrei, hat gutes Motoringeräusch und fährt relativ gut also Leute, in meiner Aufnahme das oben rechts, das weiß ich nicht von wo kommt das keine Ahnung da steht Mikro aus, live, null Zuschauer das ist wegen Steam weil die Übertragung nicht abgebrochen hat was die Australien eben angefragt hat weiß ich kann ja auch immer auf Abfahren da muss ich immer anhalten drehen ich sollte eigentlich schon mal ich sollte diesen gehen oh egal also ich finde es erst sehr gut kann ja auch eigentlich ich habe das sinnvoll, wenn du noch Stunden bezahlt wirst äh ok das wäre eigentlich das ist er hat immer noch keine Stunde gearbeitet ich habe schon ein halb jetzt ja eben kommst du ja nie auf den Geldsatz, wo ich sie bezahle 4200 wir müssen wir müssen schale Rechnungen ausstehen oder wir müssen die Feldrechnungen weil die Feldrechnungen das ist kacke weil da war nämlich noch Schwadern bei da war noch Schwadern bei bei der Feldrechnung von 400 Euro äh das kannst du vergessen das ist wirklich produktiv genug deshalb machen sie ja jeder YouTuber äh pochal kannst du ja wirklich jeder YouTuber gucken gehen und machen pochal dmp die 10 250 kmh 53 zum leiten also ich bin ganz zufrieden hier also ich bin ganz zufrieden hier ich bin ganz zufrieden hier wo also ich geht. Ja. Ich müsste zwar eigentlich noch Minimum ein, zwei an der Seite hinten kaufen, aber... Was kaufen? So ein Seitenmähwerk. Das Problem ist, das können ich halt höchstens mieten. Achso. Achso, du meinst sowas, was ich habe. Ja. Ah, leck. Wenn überhaupt, können ich es nur mieten, weil 23.000, wenn ich es noch leisten. Maisgebäßes mit so 3 Meter Größe oder so. Doch, ein Hexer könntest du dir so noch leisten. Was? Ein Hexer. Ja. Na klar. Na, kannst du. Ich kaufe Schweizer weiß, was ich meine. Na, den für einen Trecker oder was? Ja. Ist ein Hexer, ja also. Hab ich kein Problem. Ich möchte viel Spaß. Wenn du da nach Hexer bezahlt wirst oder nach Stunden. Ja, normal kann man das eigentlich hochrechnen, den Preis fürs Feld, wie viele Stunden du da drauf warst. Das ist halt der Stundenlohn, den du dafür kriegst. Und das war halt 2.000 Euro Stundenlohn. Das Problem ist, das funktioniert irgendwie nicht, weil das halt noch in der Beta-Phase ist, das ist das MP-Management. Das kann man es halt... Ja, das halt müssen wir es, äh, zu dazu machen, die machen wir es. Normalerweise zahlt halt noch Stunde, aber kann halt noch nicht einstellen. Ah, cool, drei Bahnen fertig. Nice. Ja, jetzt, aber jetzt kannst du dein Schwager nicht nehmen. Willer, glaube ich, noch gar nicht. Besser gar nicht, habe was auszutun. Also, du willst mehr Geld, ja. Alter, jetzt sind schon, oooh, ich war halt 20 Minuten um. Hey, ich fahr dauerhaft, ich fahr rund kurz. Ähm, ja, ab rund 20 Minuten, ne, die Folge ist auch schon wieder vorbei, mit Videoüberlänge. Ich schaue auf jeden Fall beim Schwarzabend vorbei, äh, beim Fab, oder beim Lohnunternehmer, wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, weil ich wünsche euch einen schönen Tag drauf. Bis dann, mach rein, ciao. Tschüss. Tschüss.